ja und herzlich willkommen zur demo von while waiting ich würde sagen wir starten einfach gleich mal ins spiel hinein und schauen uns an was uns hier erwartet wie immer eigentlich bei diesen demos this is a long story about waiting it may get this might be helpful for you and some suggestions to keep you occupied you might need these keys on your journey okay well I've taken up enough of your time you have better things to wait for complete the tutorial wait for the bus it is my was wie kann ich das nochmal anschauen ich habe jetzt schon nicht ganz aufgepasst ich würde gerne das schon nochmal anschauen da it is my bulletin board now woof I can't see anything be the richest guy on the bus do nothing was hä ich glaube hier brauchen wir was zum aufhängen ich glaube hier brauchen wir was zum aufhängen wieso war da ne batewanne Okay, fliegender Besen. Why not? Lost one. Der Hund ist hier. Okay, viele können wir da mal nehmen. Ich überklebe einfach mal alles. Drei Stück. Da war der Bus. Naja, kommt sicher wieder einer. Ich weiß auch nicht, wieso ich das mach. Okay, das sind Aufgaben, die wir machen können. Ich würde gerne das Geldchen nehmen. Ja, ein Geldsack. Ach du Scheiße. Okay, Wolf, I can't see anything. Das verstehe ich nicht. Vielleicht wenn man... Wait, kann man dem Hund... ...einen Zettel... ...ääh... ...vors Gesicht kleben? Nee, kann man nicht. Und bis rechts was? Okay. Dann würde ich sagen... ...nehmen wir das Geld und gehen mit... ...nehmen den nächsten Bus. Wenn's denn reicht. Okay. Da kommt er schon. Okay, wir sind eingestiegen. Gut. Wait for the rain to stop. Watch out, umbrella, arcade in the window. You can really dodge the rain and do nothing. Okay, nichts tun ist, glaube ich, ziemlich schwierig. Frage ist halt auch, wo man was machen kann. Okay, er läuft immer wieder hier hin. Ich warte mal kurz, bis das Auto kommt. Damit wir hier nass werden. Nicht mein Hund. Nicht mein Problem. Okay. Das war richtig. Watch out. Ah, okay. Jetzt können wir hier rumlaufen. Umbrella. Einfach das Bucket klaut. Hm. Okay, wir können hier rein. Okay, wir können hier rein. Wait for the rain to stop. Wait for your AP to replenish. I am spending responsibly. Was? Die Musik, die wird sowas von geclaimt. Die Musik, die wird sowas von geclaimt. Oh ne, wir müssen uns hier die Werbung anschauen, oder was? Oh ne, wir müssen uns hier die Werbung anschauen, oder was? Wie oft können wir es noch machen? Wie oft können wir es noch machen? Oh, jetzt. I am spending responsibly. I am spending responsibly. Okay. Okay, komm. Okay, komm. Hä? 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 Was war das jetzt? Muss ich mir jetzt die Werbung hier anschauen? Sieht so aus. Was? Ich kann es nicht überspringen. Dann halt. Und. Sag ein Schein. Und? Die Augen. Schön das ganze Display verschmieren. Das hasse ich an Touchgeräten, dass man alles immer verschmieren kann mit den Fingern. Oh, Screenshiner. Gut, genug verschmiert. Wie komme ich jetzt hier wieder raus? Ich checke es nicht. Jetzt geht es plötzlich wieder weiter. Weird. Ich glaube diese Werbung kennen wir alle. Wenn man irgendein Handyspiel spielt, kommen solche Dinge. So, der Fasche Knopf. Nee, und das kennen wir auch. Dass man diesen scheiß Knopf hier unten nie trifft. Geil wohin man drückt. So, jetzt. Äh, was? Ich bin dead. Ich bin Phoenix etan. Wait for the heavy traffic. Hair conditioner, mother duck. Look both ways before you cross. I think we forgot. Something do nothing. Was ist eigentlich der Knopf hier? Was ist der Knopf da? Hei-rskontakt. Ehh. Das ist der Knopf. Ehh. Hair Conditioner. Ehh. Oh. Ehh. 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 Was? Okay, das war falsch Ah, ich glaube, wir müssen sie über die Strasse bringen Oh, shit, also kommt, Leute, drüben, go, go, go Oh, das wird nichts Okay, nochmal einen Versuch Und das wird auch nichts Na ja Wenigstens zwei You are dead Okay, komm, wenigstens eine Ente müssen wir noch rüberbringen Nee, fahrt einfach weiter ohne mich I think we forgot something Oh, man Way to get on the carousel Eco-friendly, if I cannot ride it Then no one can do nothing Ach, du meine Güte Lasst mich los Okay, how Was? Okay, how Man kann nix machen Way to get on the carousel Way to claim the baggage Hey, that's mine Let me stack it for you Percussive maintenance Do nothing Was macht der Knopf? Ich verstehe es nicht Oh, wait, kurz Kommt, nimm einfach alles mit So Perfekt Okay Wie viel noch? Warte So Okay, das geht nicht Wie sollst du ein Kind? Kind Okay 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 Hey, das ist mein Oh, okay Okay, warte, komm, wir stacken das mal wieder Was macht die Katze hier? Können wir alles aufeinander stacken, dass es zusammen gehört? Können wir das geben? Ah, das noch Percussive Maintenance Ich hab's nicht gecheckt Ist das unsere Freundung? Freundung Freundin